so durchsucht die getöten ritter nach festungsschlüssel ich tue mir mal wieder an tranke einsetzen guck mal gegen matthia kämpfen ich habe irgendwie den schaden gegen ritter und so reduziert kämpfen wir gegen ritter geister habe ich irgendeine wirbelwind gemacht ja hatte ich guck mir gerade meine tränke an oder mal hier noch ausweich chancen überwältigungsschaden kälte wieder stand immer das und mehrfaches mutter natürlich ja ich habe jetzt wieder wir bestanden in einem meiner sache der schild wurde gerade erst hinzugefügt die hatten vorher noch kein schild auf einmal hatten sie ein das leben von wem hier ist einfach nur ein schild ohne gegner die erlösung bacher weil das ein persönlicher halb von mir ich habe jetzt feier eingeschickt das ist ein dritter der war wenn wir in der tage wollen doch und haben auch da so oder seien schon ich weiß dass er bis zum umfallen geschuftet hat doch der tag nicht mehr der will den feiern dass der sex hatte ich werde aus meinem sohn einen mann machen ich mache aus meinem sohn einen mann und war fein i do it myself todes kolben so im rückstück sind auch gegner kannst du dich wieder ich bin so aber ich dachte du bist nicht wieder blieben dann hier weil du mehr aushält jetzt klebt boy ich liebe es wenn die worte von damien in den rücken frei ja was geht muss euch mal alles klein hier kaputt die ganze zeit und wie man die skelette versuchen die zu angst zu ballern auf dem die 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 fähigkeit mit dem schild überhaupt unterdrücker der mann da steht unterdrücker bei dem kerl der hat ein schild heilig die gegner dahinter schon ist ja nicht seine geister für die geister hat in dem balkon darunter gespürt das ist dann aber rechtlich damit wir gerade gestorben ja ich habe der hatte nächste hier wird ein hacke bei weg ich muss oh mein gott war so groß oder wie eine detective pika schuhe oh mein gott oder der eine typ der geschehen hat als der untergrund kämpfe gemacht haben Ja, ich höre natürlich die ganze Mappe. Ja, ja. Okay, ich weiß nicht, was ich sagen kann. Ich gehe mal irgendwo anders hin. Ist das gut? Ja. Okay. Ich habe eine Falle getrunken. Ich muss hier rumlaufen. Hier wieder ganz viele Gegner. Und blickstürmen. Meisterschaft, schlachtet genügend Gegner? Okay. Du musst dann so formuliert. Ich muss warten. Ich war auch schon verlassener Tunnel, ne? Ich glaube, ja. Ich werde trotzdem einsammeln zum Verwerten. Ich muss noch verwerten, dass du nicht brauchst. Aber wenn wir ihn schon haben. Ich habe einen Schlimm. Hau auf 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 auf. So, die Lichtwaberente war auch noch, äh, das hört sich neu an. der schluss der wasser schlund des leviathans ich dachte noch mal noch nicht irgendwie neu ja den haben wir definitiv nur nicht und das andere ist das grinsende labyrinth und des leviathans haben wir noch nicht weiß ich darauf kommen wir markt auf zurückkommen ich meine ja ja wird die so oder so mitnehmen kann sie gefallen habe kein platz mehr kann sie fallen lassen damit ich die aufheben können ja ich kann nicht fallen dass aber du siehst die nicht stufe 25 ja meins fallen lassen du siehst die da nicht wenn ich die fallen dass er und darüber her weil nicht nur wenn man damit handeln kann wir kann nicht weiter hinzufügen momentan geht nicht sind ausgebaut und so gibt es dann überhaupt haben wir sowieso nichts keine ahnung ja falls ich irgendeine goldene waffe habe die du unbedingt haben ich würde dir auch einfach fallen lassen ja da sind ein paar zwei buffer vielleicht so hart auf für so hart fägen dass ich ein wirbelsturm erzeuge manchmal eine handschuhe oder so keine ahnung werde auch eine blitzkugel ja hier sind schild und alle da sterbt er sich da auf ihn auf ihn auf ihn auf ihn ich gebe ihm ich gebe ihm das habe ich gesehen was von katz zeug ich gerade gemacht haben wir kannst du sagen ich wagen so als ich mir den letzten seltenen knoten mehr maximum neben und rüstung also gezeichnet seltenen knoten ja auch mein paragon denn ja unten hat dieses brett mit dem wir gestartet haben was nicht so riesig war da hatte mir noch der knoten links gefehlt wir sind da bei mir alle knoten also alle guten sachen halt da habe ich auch die welten aus 706 und vielleicht doch nicht ja da sind noch einige gute sachen scheiße habe ich ja ich habe die seltenen knoten naja die goldenen sachen die habe ich magische knoten blaue das sind blaue weiß nicht so bei dir steht magischer knoten zwei prozent maximales leben seltene knoten und dann habe ich einen so in der mitte legendärer knoten das sind die goldenen die heißen bei mir auch seltene knoten es gibt ja noch blaue die heißen magische knoten ja aber mir nicht ich glaube ich habe ich den merknoten als du ja vielleicht habe ich nur seite nur diese goldenen knoten und keine blauen dafür solche mit magie ich glaube ich habe magie ich bin aber bin pragmatisch eigentlich die standard sagen die bringen ja nur sachen wie geschicklichkeit dann habe ich noch magische knuppen sachen weiß ich nicht wie erhöhte heilung durch ja mal so namen ja mal so speziellen namen bei mir ist zum beispiel muskelkraft und so oder hartnäckigkeit bei mir steht nur normaler knoten magischer knoten ach so die dinger auch die ganz normalen heißen magische knoten diese blauen ok nein 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 die ganz normalen die heißen hast du bist du schwer ganz normal heißen normaler knoten sind weiß ich dachte man es mit normalen knoten sind die in diese normalen knoten und dann die blauen das sind magische knoten bei mir die bringen wir sachen wie plus kritischer schaden ja meistens umringen den goldenen selten okay du machst mich fertig ich habe nicht gewusst hat diese ganz normalen dinger irgendwie auch so spezielle namen haben ich meine ich meinte ja nur diese diese handvoll von knoten irgendwie die ganz besondere sachen machen du kriegst keine plus 500 rüstung und wenn er so und so viele dinge ist dann bekommst du noch mehr das werde habe ich auch noch nicht das ist schon wieder ein raum wo wir eingesperrt sind dann ihr das gefällt mir überhaupt nicht ja das ist ja irgendwann nerviger irgendwo in der zwischen 1 auf akte hat nicht ich brauche mehr zeit nach dem weg eine sekunde war 1 1 1 beim ersten mal nicht oder warum was ich gerade lassen mich lasst mich arzt ich bin durch ich bin mir sind die tränke ausgehangen wieso kann ich mir noch zurücklaufen war also gut nach dem wach eigentlich noch aber bringt ja nichts wenn er gleich wieder alle wiederbelebene hat sich erwischt ja ja also nicht als sie mich wiederbelebt das war ich sofort wieder tot immer an mich hat schon wieder so eine eiswelle erwischt hast du überhaupt den schlüssel dann in der wand schlüssel vorhin ich habe den aufgehoben deshalb sind wir erst hier reingekommen heute ist nicht voll geil ok ok als springer und geguckt hat da waren da wieder diese fände ich muss machen ich gehe da rein ich gehe da rein ich gehe da rein warte auf ich bin fast tot das wieder ein buffer oder während stellt so haben wir ich bin noch nicht im fernfall vom siegel ich bin tot auf gott hat die alle weggezogen hier wollte ich hatte mich fertig machen er hat einen blöden sprungangriff gemacht mit seiner riesenachse habe ich gesehen war diese blöden schilder er war sie wieder zurückgerannt du brauchst es wieder zurückgerannt von mir steht nur auf die fresse weil die alle unter dem schild sind ich kann die nicht eingreifen mich lasst mich durch da ist noch ein geist ich kann nichts gegen die machen so lange die unter dem schild sind und wenn ich unter den schild gehe bin ich tot stecken das war so lehrung habe ich auch gesehen hat ja wieder blieben war wieder auf mich zugesprungen ist der kerl ich muss warten wir sind es geht mal ein paar albtraum siegen hier zu recyceln also genommen doch war die wo auch ab wir kommen ja doch nicht ich habe mich um den ich muss warten unternehmung den papier so leicht wir sind verliert die kann man nicht durch oder gehen auf den holen los keine ahnung ich bin noch nicht drei schilder hat dieser blöde springen jetzt hatte ich nach wenn du machst ich hasse das warum ist das ein wandsch der nervt ich sehe nur noch wie der springt und dann bin ich tot im nächsten moment da muss er weitspringen ja ich habe aber schon mal ausweichen genutzt kann er jetzt sicher ernst sein dieser blöde steht er geht mir so auf den sack nein dann dann er da geht er raus bei uns wieder weg mit dem schiff Jumpe an das du Mambo-Ziege! Boah! Das war ganz so eine gute Idee, die alle einzupacken. Ah, Mann! Vorsichtig, vorsichtig. Nein. Der ist weg. Woh! Der ist weg. Der ist weg. Das ist so ein Problem, dieser Bildschirte. Ja. Okay, okay. Eine prächtige Truhe. Und da ist eine Truhe, die ganz sicher eine Falle ist. Den war ich über die Anfasse. Oder auch nicht. Wird so scheiße gewesen, wenn das jetzt eine Falle gewesen wäre. Aber irgendwie auch aufregend. Ich war da nicht. Ich bin auch nicht. Ich weiß noch nicht. damit feuer. Ja. Die feiergegner sind dagegen ja noch angenehm. Aua! 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 Was hat gesagt? Ja, das heißt, du kann ja nicht hören, was? ich wollte noch damals wie der angriff immer dem gar dann ist der gestorben der da er blockiert den weg wir müssen noch animus sammeln ist nicht schon wieder so weit ich will ja schon wieder was schön ist mein gott da liegt sie langsam zurück immer weiter gegen fest in der tür wir sind so fett für die tür ich bin betäubt wenn ich die türe kommen wir wissen wie man türen öffnet wie die velociraptor juristik von der gruppe getrennt du hast mir kollege dann hat ihn da gewischt da war ja das ist jetzt ein bisschen kacke wir sind wir beide nicht mehr gleichzeitig ich hoffe diese schildkacke da musst du mit denen im nahtkampf gehen und da ist ein ganz beschissen hier voll der ballast gegen diese typen erinnert nervt da kommt der rest der gruppe ich bin weiter noch und dann steht es nicht mehr und dann steht es aber ja 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 aber wenn der wahrscheinlich und wir denken dass es nicht kommt der klein fähig und wobei schon wieder gebracht jetzt papa oder so warum halten die so viel aus ich weiß ich weiß ich weiß immer drauf nein ich will auch nicht mehr kein mann wenn auch ein bisschen kämpfen ja denn das spreche gegen den schrank der hat geheilt das war ja schon alle alter auf die zu einer generation oder so und für die gegner endlich auf mit der heil nummer der steht schon vor mein gott ja wir gehen auch übrig und das schaffen weil er nicht ja das spiel am boss ok ich gehe schon mal zurück geht da sind wir schon wieder zu viel und das eis ich bin weg aber richtig gut bezahlt aber ich bin tot ja ich auch gleich genau deshalb zurück weil der eis ist das wahrscheinlich zumal trank ja ich habe da tränke da macht so viel schaden wird vertrauen wir haben wir ja nicht einfach ganz weit zurück der kleine übergezogen der posten der kämpfe nicht wir versuchen wegzuwenden ich versuche nicht weg zu rennen alles klar mein gott die tun immer noch als dinger spawnen bei meiner leiche es geht aber voll einfach entschuldige mich kurz ja genau deshalb haben wir beinahe ob sie dann aber schon wo ist der letzte oder die vorletzten aber so immer wieder heftig ein bisschen auf abstand heute ein bisschen auf der stadt hier du mittags du gehst mal drauf nachdem und abwarten du erst mal diese schilder ich sehe mein abgang er hat ja schon wieder so was von keinem alter der doppelgänger von dem kraft mich an der kraft ist auch nicht alleingestellt wenn ich da runter gestellte sofort wieder der schild auch als fachfunktion fungieren die inhalten so viel aus ich bin tot ja und dann gehen die wieder zurück oder auch nicht eines wieder zurückgerannt wie lange verfolgte mich noch die gerne wieder zurück hier ein paar aber nicht die richtigen ich kann den ganzen verlassen bei mir ist ja auch keiner ich komme zurück da liegt aber animus richtung wie ja dann heißt wir du da kommt ich sehe gerade ein wie wir so ein schild fußig halten wir vorbei rennen das natürlich nicht genug ich weiß nicht was ich machen soll ich kann nichts gegen die machen ich werde nicht blöd rumstehen aber so wollte ich da runter hier und die angeeißen war so muss ich jetzt schon wieder hat er sich schon wieder telefoniert hier gegner direkt von meiner nase dabei ein trank ich habe ein leben was auch nur den kaputt aber genug sei schon wieder entsteht einfach nur wie alles was ich mache bei den abkalken ich glaube ich habe dir ich glaube der seine ane muss okay zurück 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 zur tür ich verfolge mich brennen du narrisch wir haben das event hier noch gar nicht gefunden ich bekomme die tür öffnen die tränke leider schon die tränke leider ja schon getrunken hat als krieg allerdings mehr ich habe alle dürfen wir noch nicht beim zugleichen zeit beim dings hier zu sterben gott wie sagt mir noch der boss kommt ja komm her ja jetzt sehr frustrieren wenn wir hier noch sterben noch ein trank auf ihn auf ihn auf er war tränke hier kann ich auf uns los ach ja überhaupt wenn ich da geht auf deinen wenn ich auf dein golem also ich hab keine ahnung ist überhaupt kein schaden Ich kann es nicht mehr sehen, wenn ich das nur. Flawless victory. die poste solche löschen dieser war auch gar nicht so schwer ich habe ein vermachtes zweihandschwert 801 machtgegenstand und jetzt zum weltboss drei minuten ja okay abgeteilt wir machen schon mal auf dahin denken wir jetzt noch aufs maul da ging auch voll die geilen belohnung dann sind wir voll stark laufen durch den park aber ich würde noch ein paar sachen ganz gut da war aber heftig welches level man das stehe 25 glaube ich dann mal los solange ich in der stadt bin ich kann nicht bei der stadt rennen mein pferd ja da geht nicht gibt es geschwindigkeitsvergänzung weltbus reparieren stufe 90 sind genug spieler ich bin da größe wie heißt die ganzen gerade waren keine ahnung kannst du ja in der aufnahme gucken ja stimmt ich habe noch meine rüstung repariert keine neuen designs größe größe da kann man es nicht schwamm belohnungen eure knochen verraten euch bald dienen sie mir da wäre die drache er mit diesen schwingen angriff macht mit dem der nix trifft und schmutziger droide aufstanden auf erstandene barmherzigkeit ist der jesus das weiß ich zu schätzen danke da wird hinter dem schreibe einiges an weil sie nicht vom verein eine ganze an einzigartige vermachte gegenstände naja wir sind alle wie hat spiel geht wahrscheinlich doria go doria da schon wieder warum ist der chat bei mir nicht an wussten der ich habe den mann das geschaffen hat der warte der warte der warte der warte hat was haben die für danken hat ich brauche was ist das total gefällt mir blut was ist das denn schon wieder nicht schlecht 341 schon mal besser im brustschutz bekommen und der ring vielleicht konklave da haben wir schon ja ich habe schon mal eine beste rüstung bekommen die kamera so wieder so ich habe eigentlich ein bisschen mehr gerechnet so die dauer ja ja dann können wir noch ein bisschen mit dem baum fahren